der einzige online kurs der dich ganz individuell wie ein roter faden schritt für schritt zu deiner traumgeburt unterstützt und begleitet und das mit meiner bewährten mischung aus schwangerschafts begleitung geburtsvorbereitung hypnobirthing und persönlichem coaching in meinem kurs bekommst du viel mehr als in einem klassischen geburtsvorbereitungskurs den du bei einer hebamme oder im krankenhaus besucht unter meinem motto so geht schwanger heute werden du und dein baby ganz individuell begleitet in fünf spannenden kursteilen die so in der geburtsvorbereitung sonst nirgendwo anders gibt mein name ist tamara viktoria berger und ich bin schwangerschafts coach autor und mutter in meiner schwangerschaft habe ich immer wieder erleben müssen dass ich viele dinge gerne sehr viel früher gewusst hätte und so viele unangenehme überraschungen hätten vermieden werden können deshalb habe ich den clever mom online kurs entwickelt so dass schwangerschaft und geburt für dein baby und dich als werdende mutter zu einem wundervollen und ganz entspannten erlebnis werden die geburt ist der wichtigste start ins leben und gemeinsam machen wir ihn zu eurem besonderen moment nummer eins der video kurs in neun staffeln begleitet dich mein video kurs kompetent mit allen inhalten die im jeweiligen schwangerschaftsmonat wichtig sind durch die aufteilung in monatsstaffeln hast du immer den überblick was im aktuellen monat passiert und ansteht so spannend wie ein filme abend mit deinem schatz zweitens das persönliche eins zu eins coaching im coaching unter vier augen geht es nur um dich wir bringen licht in tiefer gehende fragen sorgen und dem wunsch nach der erfüllung ganz individueller bedürfnisse in deiner neuen rolle als mutter das eins zu eins gespräch macht mut inspiriert und zeigt wundervolle perspektiven für dich auf drittens das werkbook dein schriftlicher begleiter auf über 200 bebilderten seiten stellt ihr mein clever mom workbook alle wichtigen themen mit den dazugehörigen tipps und checklisten für den jeweiligen schwangerschaftsmonat bereit zum lesen und abhaken als ebook auf deinem handy hast du diese auch unterwegs immer griffbereit nummer vier deine persönliche schwangerschaftsassistentin stell dir vor es gäbe jemand der für dich mitdenkt und ihr erinnerungs nachrichten schickt perfekt abgestimmt auf deinen individuellen entbindungstermin informiere ich dich wöchentlich per e mail oder sms was in der schwangerschaftswoche gerade relevant für dich ist und welche inhalte des kurses du dir dazu noch genauer anschauen kannst nummer fünf die community gerade der persönliche austausch mit gleichgesinnten ist oftmals eine wirklich große hilfe doch mit einem reinen video kurs ist das in der regel einfach nicht geboten durch unseren community bereich und die live sessions hast du die möglichkeit dich mit anderen schwangeren auszutauschen die gerade in der gleichen phase sind wie du du kannst jederzeit deine fragen und themenwünsche in unserem geschützten mitgliederbereich stellen und erhält kompetente antworten darauf deine vorteile des clever mom online kurses du kannst du den kurs völlig frei und flexibel einteilen und so jederzeit entscheiden zu welchen themen du einfach noch mal mehr erfahren möchtest du kannst nach belieben die theme natürlich auch wiederholen und das ein oder andere thema so einfach noch mal mehr vertiefen du bist nicht abhängig von einem kurs wo du vor ort sein musst denn das hilft dir gerade dann wenn du berufstätig bist die kurszeiten ungünstig sind dir vielleicht ungeplant was dazwischen kommt und du die versäumte kursstunde nicht mehr nachholen kannst dazu ermöglicht dir das video format dich mit einem partner ganz gemütlich auf die couch zu setzen und per handy tablet oder tv die inhalte schritt für schritt gemeinsam anzuschauen so kannst du deinen partner schon frühzeitig mit in die schwangerschaft und geburtsvorbereitung nehmen getreu meiner motto teamwork makes the dream work wann ist der kurs perfekt für dich der kurs ist perfekt für dich wenn du mehr suchst als den klassischen geburtsvorbereitungskurs und den wunsch hast ganz individuell betreut und unterstützt zu werden wenn du das eine rundum sorglos paket sucht das geburtsvorbereitung schwangerschaftsbegleitung hypnobirthing und persönliches coaching vereint wenn du optimal vorbereitet und eine selbstbestimmte geburt ohne angst erleben möchtest wenn du auf einen realen erfahrungsschatz zurückgreifen möchtest und dich nicht auf das halbwissen aus dem internet verlassen möchtest wenn du deine schwangerschaft genießen und unsicherheiten überwinden möchtest all diese vorteile deiner entspannten geburt kannst du dir schon heute sichern denn ein kursstart ist in jedem schwangerschaftsmonat möglich sogar schon ab monat 1 ich stehe hier bereit und freue mich schon sehr auf dich nur zwei minuten nach deiner bestellung erhältst du deinen persönlichen zugang und es geht schon direkt los ich wünsche dir jetzt schon eine schöne schwangerschaft und eine wundervolle zeit gemeinsam mit deinem baby alles liebe deine tamara von clever mom okay ja